Jetzt so dieses Wuddeln, da bin ich jetzt nicht der größte Fan davon. Den suchen wir doch die ganze Zeit. Magbrand, ich habe ein Magbrand-Statue bekommen. Oh, das ist ja mit dem Mammut rund. Ich sehe blaue Menschen. Alles klar Timmy, schlaf gut und viel Spaß in der Dusche. Ich trinke mich. Oh. Ja. 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 Das ist die Reihe. Das ist die Arena. Okay. Passons. Was ist das? Ich weiß aber, ob ich da kommen jetzt dann kann. Ich weiß, was ich jetzt verfolgt? Hilfe! Ist du, Schim... Scheiße, Schimstner von Pokémon, Alter. Geil, Schim... Sein Wann, Alter. Geil, Schim... Geil, Schim... Geil, Schim... Geil, Schim... Ist das jemand aus dem Chat hier? Ich weiß nicht, ob man da einfach so reinkommt in die Lobby oder ob das wirklich nur so ein Passwort geht. Ich habe eigentlich wohl das Passwort jetzt gerade hier gezeigt. Man sieht nicht, wie der Name ist von der Person. Ich weiß nicht, wie der Name ist von der Person. Schluss. Mein Gott, jetzt geh ich endlich. Oh, schön, meine Apple Watch ist aufgeladen. Toll. So, großes Gebiet. Mal gucken, was da drin ist. Lichtstrahlgrotte. discl düstrahlgrестьübrik. So, natürlich. Lieblings multitagere. So, dies nicht nur das. Eben, ja? Dann schön! Wir sehen uns wieder. Hier gibt es einen Moment. Hä, was noch 27, hä? Prozent, oder? Was macht man eigentlich mit dem Diktas? Was sagen die mir? Was schalte ich damit frei, jetzt wo du das schon mal sagst? Okay. Na, wahrscheinlich siehst du Overworld halt nicht. Oh, und die Bunkel. Hinten Baumfühl. Hier höre ich die Chance auf Shiny. Okay. Okay. Also muss ich nicht plötzlich Diktas finden, dann habe ich vier Minuten lang die Chance, einen Shiny zu finden. Ach nee, der Shiny-Tontraub ist auch noch auf. Ich dachte, das ist ein richtiger Shiny. Oh Gott, wir sind noch die Unkeln. So. Geh weg, geh weg. Gut, hier ist ein Toxin. Nice. Ich auch, aber... Ach, die grünen Statuen sind Shiny-Statuen. Okay. Ich habe aus Versehen eine Geheimbasis gebaut. Das müssen wir auch noch machen, Mann. Ach, also kann ich jetzt sagen, pass auf. Wir treffen uns heute mal alle im Untergrund und sagen wir den Diktas. Ja, nice, dann können wir das mal irgendwann machen. Warte, 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 warte. Yeah, Geheimbasis mit Baum. Jetzt haben wir die Diktas, genau, und schicken sie an Miki. Ich weiß es nicht, ich kenne mich mit den Geheimbasis und es haut nicht aus. Was ist, Domi? Warum? Oh, Shit. Oh, shit. Ja, Gastrodon, Gastrodon. Oh, ich habe einen Abysszahn, das heißt wir können Perlu entwickeln. Welches Perlu? Das Perlu, was ich wahrscheinlich irgendwann als Account auffangen werde. Damit ich gar keinen Bock darauf habe. So. Das ganze Gebiet müsste jetzt... Genau. Ich brauche noch 13 Diktas. So. 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 ich, oder? Ah, okay. Und in welchen von den Habitaten gammelst du gerade rum? Dicke, wir haben vor uns schon mal ne Blöde Lucia drinne, ne? Das hat echt eine shiny Statue gekriegt, ne? Ne, schon ein bisschen unfair. Ich brauche noch eins. Okay, ich hab einen. Oh, Shilker rein als Shiny. Uh! Okay, ich glaube nicht. Woah, war ich heute. Ich habe noch mal die Räume. Ich habe noch mal der Bewerbe! Ich bin echt ein bisschen zä dem. Ich bin echt ein bisschen damit. Ich bin echt ein bisschen zu dir. Nein, oh, ich bin auch auf Top-Top, scheiße. Oh, ich bin auch auf Top-Top. wieder shiny pflanzen pokémon was ist diesmal so ganz falsch der terra oh ich füge die Shiny Elektro-Pokémon, was ist da wo drin? Ein Rotom! Oh nein! Nein! Okay, letztes Mal graben für heute. Und Gero, was ist da rausgezogen? Schaut, du hast was Gutes bekommen. So. Das war doch ziemlich ertragter, dass wir da rausholen konnten. Leider haben wir kein Vor-Pokémon heute gefangen. Aber wir können trotzdem in die Arena reingehen. Übermorgen. Also Mittwoch geht's weiter. Morgen gibt's Pokémon Unite. Morgen Abend. Und Mittwoch geht's weiter mit Diamond und Pyro. Gengar Momodal Knospen. Du hast Jürgen. Oh mein Gott. Korakiro. Warum müsst ihr alle mit K anfangen? Korakiro. Pion Draghi meinst du? Korakiro, willst du nicht schlafen gehen? Spielen. 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 Okay, genau, ja, ist so. Kura fängt mit K an, nicht mit C. Nein, alles gut. So, ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht. Schlafen Sie gut, trauen Sie was Süßes. Und bis zum nächsten Mal. Kiro, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Auf ein Video öfters zu sehen. Schlafen Sie gut, hauen Sie rein und ciao.